Vorher bin ich der Hausherr, sehr gerne, bin ich gleich auf das. Willkommen Sie alle an der Belizei State University. Ich habe eine gute Bildung hier, ein Lehrer, ein Lehrer, ein Lehrer von der Sohomi State University. Alexander Pratour, sehr danken. Of course, I thought I should say a few. Lange vor dem Nobelpreis viele Jachner und Wissenschaftler auszuzeichnen, den Humboldt-Forschungspreis, was der Orgene ausgezeichnet worden ist. Ich bin heute in Afghanistan, in Masarischah, in der Literatur. Ich bin heute in der Welt. Ich bin heute in der Welt. Es ist die Europäische Ersteunung. Ich danke Ihnen, dass wir uns sehr gut für uns, wenn es eine Art und Weise ist, dass wir uns in Europa aufwenden können, also dass wir uns in Europa aufwenden können. Wir haben uns in die Ausnahme der Auslahmung, die wir im Lande geholfen, die in der Auslahmung von den Auslahmung haben, und wir haben uns in die Auslösung, die wir uns in die Auslahmung hoffen. Wir sind in der Auslahmung der Auslahmung. Wir haben uns in die Auslahmung, die Auslahmung, Das ist eine der größten Begründungen für Alexander von Humboldt. Das ist mein zweites Gehen nach Georgia, nach Tiflis, und diese Begründung ist besonders wichtig, weil es in der Jahr der German-Georgian Freundschaft stattfindet. Wir sind sehr dankbar für die Organisers, besonders Professor Kartosi, Alexander, dass er die Initiative hat, um sich zu organisieren.